Das ist Hermann, das Crashbecken. Hermann hat eine vierköpfige Familie und keinen Job. Deswegen hilft er hier aus. Rock-a-da-dan, 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 darin dodo, rock-a-da-dan. Das ist das Morgenstatement. Tag, vier, Morgenstatement. Wir sind heute bei den letzten zwei Songs. Am Schlagzeug. Am Schlagzeug. Und wir haben Gerüchte gehört. Es ist im Internet laut geworden, auf bekannten Portalen. Spiegel.de und hey, ich zu Ihnen, dass du angeblich die kompletten Drum-Sessions in derselben Unterhose eingespielt hast. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du heute fertig bist. Ja, ja. Also, diese Unterhose ist ein... Die wird der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wir werden die im Anschluss auf Facebook verlosen. Ja. Ja, und, ähm, ja. Wer sie haben will und wer mal gern dran schnuppern will. Ja, der darf das gerne tun. Ja, der darf das. Ja, der darf es! Musik Hier drin baut ein Mann Aquarien Das ist der alte Jenkins Der alte Jenkins Ihr jungen Leute, versteht nichts von Aquarien Ja Die müssen dicht sein Awesome Die sind anderer Ruh, Ruh, Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, Ruh, Ruh. Ruh, Ruh, Ruh. Ruh, Ruh.